So geht's, alles klar. Von hier nach da. Dort nach dort gleich. Komm schon. Zieh dich nicht wie eine Zimzicke, sondern mach das hier. So. Perfekt. Dann können wir nämlich gleich hier einfach geradeaus durchgehen. Das können wir sogar schon mal machen. Wir gehen einfach hier so rüber gehen. Ja, ist okay. Können wir so lassen. Sieht gut aus. Zack. Äh, hallo? Aha. Wieso bauen die denn hier nix? Yeah. Ich bin halt viel am Umwelten, wie ihr immer seht. Also, meine Einwohner wachsen halt nicht immer ständig, aber liegt halt wirklich daran, weil ich immer viele Umländere direkt. So, ich möchte hier dafür sorgen, dass hier nicht so viel Verkehr ist. Wobei kann ich gar nicht. Stimmt, hier ist ja ein Dingens, ein Bahnhof. Wollte nämlich gerade hier eine Straße drüber setzen, aber um das zu verhindern, wollte ich halt die Straße von hier drüber setzen. Also, im Endeffekt, ich wollte gar nichts machen. Ich wollte einfach nur bauen. Scheiße. Warten wir gerade. Das ist ein ganz Problem. Und zwar... Ich möchte gerne hier... ...ne Street drüber setzen. Aber... ...das ging jetzt gerade nicht. Jetzt gucken wir, ob es gerade ist. So und dann so. Ja, einigermaßen. Oh, egal. Pass schon. Fällt keinem auf. So, weiter geht's. Jetzt mal gerade ganz kurz gucken. Wir machen was. Das ist so, ne, oder? Wollen wir uns an den Kreisverkehr mit anbinden direkt. Ja, machen wir es so. Machen wir es so. Dann machen wir hier noch eine Straße nämlich noch durch. So. So und dann. Na, komm schon. Geht das hier wenigstens? Oh, das geht, glaube ich. Ja. Machen wir es halt so. Kein Problem. Nicht schlimm. Jetzt müssen wir aber noch die Traffic-Lätze weg. Man sieht gerade hier, dann hier, dann hier, dann hier. Und hier. Und dann haben wir einen Kreisverkehr. Sehr gut. Passt. Sehr gut. So, die noch wegmachen hier. Hier noch die Traffic-Lights. Zack, hier. Und dann haben wir es, glaube ich, so weit, ne? Ah, ne, da noch. Okay, alles klar. Alles klärchen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nicht sogar die zwei Straßen abändere, dass die ich lieber in den Kreisverkehr laufen lasse. Das wäre vielleicht noch keine schlechte Idee, merke ich gerade. Weil hier auch so viel los ist, ne? Akkern den Traffic-Lights. Passt aber. Passt auf jeden Fall. So, was hat die Bildung? Oh. Oberschulen sind fast am Ende. Ist jetzt nicht so geil. Ich hab doch schon zwei Stück hier. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind denn hier. 1.250 schon voll? Ich war ja ernst, oder? Ohne Scheiß. Gibt's ja wohl nicht. Warum hat hier oben noch eine hin? So, aber stimmt. Wir haben auch was ganz Wichtiges vergessen. Stimmt ja. Ja, Bayern ist noch schon Meistergrad geworden. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Das kam jetzt völlig unerwartet. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die heute Meister werden. Das kam jetzt unerwartet. Na gut, egal. Was willst du machen? Wenn die Bayern Meister werden, ist das immer unerwartet. Man rechnet nie damit. So. Ja, stimmt. Das Ding hier. Das ist auch so ein Teil. Das ist irgendwie, ist das, äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Pass mal auf. Das Teil hier, ne? Das ist einfach scheiße. So, ne? Pass mal auf. Das hier. Das ändern wir jetzt mal. Moment mal. Geht das eigentlich, kann man eigentlich über Kreuz bauen? Ne, geht gar nicht, ne? Egal. Machen wir es so. Zack hier rüber. Machen wir so ein kleines Kreuz nämlich draus. So, dann nehme ich folgendes. Warte, so. Und dann. So. Ne, das ist nicht der Sinn, den ich, das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte hier eigentlich ein Kreuz drin haben. Hm, toll. Ist ja quasi dasselbe, was ich hier habe. Das funktioniert noch nicht. Ah, okay, warte. Das doch umändern. Müssen wir es doch so machen. So. Ja, so. So sieht gut aus. So können wir es lassen. Zack, zack. Genau, und dasselbe dann nochmal hier. So. Und dann von hier. Nochmal nach hier. Sehr gut. Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ah, egal, was soll's. Das ist besser wie vorher, ganz ehrlich. Also vorher sah ich richtig scheiße aus irgendwie. Jetzt sieht es nur noch halb scheiße aus. Naja, egal. Egal, was soll's. Ismael. So. Und ich sehe, hier haben wir wahrscheinlich auch bald ein Problem. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch dafür sorgen, dass hier kein mega Unheil entsteht. Deshalb müssen wir wahrscheinlich auch hier jetzt bald oder wahrscheinlich sofort einen Kreisverkehr noch hinsetzen. Das ist nämlich eine Hauptverkehrskreuzung hier und das ist einfach scheiße. Deshalb müssen wir mal gerade kurz gucken. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar hab ich das nämlich auch schon gesehen. Und zwar, pass mal auf. Das möchte ich gerne mal ausprobieren, ob ich das denn kriege. Da hab ich nämlich bei einem Let's Player gesehen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Der hat das nämlich auch so gemacht. Das fand ich ganz cool irgendwie. Wie ein kleiner süßer Kreisverkehr sagt nämlich. Nein, 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 nein. Das war aber nichts, das war aber nichts, das war aber nichts. Ich glaube mal so. Wir haben gerade hier kurz den süßen kleinen Kreisverkehr nämlich setzen können. Ich habe nämlich gesehen, das sah nämlich ziemlich geil irgendwie aus. Achtung. So. Ich glaube, bis auf einen hat er, ich glaube einen hat er überlappt, glaube ich. So. Und dann noch hier. Das ist zu lang. Nochmal neu setzen. Bis. Hier hin und dann hat er, glaube ich. Zack. 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 Ja, Mann, das hat funktioniert. Sehr gut. Recht. Dankeschön, lieber Brammen. Haha. Funktioniert. Sehr schön. Äh, ist alles hier doppelt, ne? Okay, alles klar. Aber das hier nicht. Das ist ja gut. Das wollen wir ja, ne? Switch, 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 switch. So. Perfekt. Kleiner, süßer Kreisverkehr. Haha. Funktioniert. Thank you very much. Und dann direkt wieder. Play jetzt gleich. Warte, wir werden gerade noch wieder ausrufen. Außer das hier. Das war alles Bürozeug. Hier rufen wir noch wieder Bürozeug aus. Zack und zack. Das ist noch weg. Und dann werden wir gerade ganz kurz hier das Zeug wieder setzen. Sprich, hier war irgendwo da und dann hier war irgendwo dann, äh, Mensch. Ja, komm, hier drüber. Hier vor einfach. So. Perfekt. Langt. Langt. So, zack. Weiter geht's. Süßer, kleiner Kreisverkehr. Aber der ist sehr zweckdienlich. Wir sehen, das wird funktionieren. So. Aber, wie ich gerade schon sagte, wir wollen ja noch, äh, öffentliche Vergessenmittel hier wieder einbauen. Sprich, wir müssen sowieso erst mal gucken hier, wie ich die U-Bahnen jetzt setze. U-Bahnen sind mir immer sehr wichtig. Wir könnten quasi mit dem System hier weitermachen, indem wir nämlich jetzt einfach hier immer die U-Bahnen setzen. Moment. Ist hier nur irgendwie da. Müssen wir es nur Sinn machen. Irgendwie anständig. Wie geht das hier nicht? Achso, weil das hier so komisch ist. Okay, kein Problem. Wir machen es einfach hier quer. Ist nicht so schlimm. Machen wir es halt hier und dann halt nach da. Ist nicht so, so tragisch. I see the problem. We fix it is. We fix it is. It, it. So, und jetzt können wir nämlich quer gehen ab jetzt immer. So, warte. Wir bauen eigentlich hier oben hin, irgendwo. Na, gucken wir vielleicht mal hier. Oder hier. Hier. Sehr gut. Das war für nur 5 Meter, aber ist ja egal. Das ist voll awesome, ne? Komm, wir wollen mitten auf das Ding hier. Bauen wir eine, bauen wir eine Dingensinn. Eine U-Bahn halt Station. Einfach mal so, was gerade voll awesome ist, irgendwie. So, dann hier. Hier. Genau. Dann hier noch eine hin. Ah, da. Zack. Und hier oben noch eine irgendwo hin. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Machen wir es so. Wie wir einigermaßen jetzt die geraden Sachen setzen können später. So, ich will nämlich jetzt, pass mal auf, bevor wir nämlich jetzt die U-Bahn setzen. Ich setze jetzt direkt mal schon mal alle Straßen. Für später. Wir planen schon mal für alle späteren Sachen hier jetzt. Wir planen jetzt hier, das komplette Teil planen wir jetzt hier. Wird wir dann nämlich direkt auch die ganzen U-Bahnen durchsetzen können. Das ist mir nämlich jetzt auch mal gerade recht, recht wichtig. Dass die U-Bahnen da gesetzt sind. Also ich glaube, ich werde es von hier aus gerade setzen, damit es gut aussieht. So. 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 Zack. Zack, sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. So, dann müssen wir quasi eigentlich... Ah, okay. Da haben wir jetzt ein Problem. Weil das jetzt hier so quer ist. Pass auf, wir werden das jetzt einfach so machen. So, wir gehen bis hier vorne hin. Dann so und dann machen wir das so. Komm, egal. Weil das hier so quer jetzt gegangen ist, müssen wir das jetzt leider erstmal so machen. Wird es nicht so tragisch. So, von hier. So, von hier. Dann quasi hier gerade setzen alles. So. So. Ah, okay. Warte, da müssen wir dann jetzt gleich kurz die Abfahrt abändern. Oder umsetzen. So. Das ist nicht so schlimm. So. Dann hier noch. Hier und jetzt die letzte. Zack. Sehr gut. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, weil die jetzt so eine Querstraße ist. Aber ist ja nicht so schlimm. Zur Not können wir das jetzt gleich noch abändern, indem ich die nochmal gerade setze. Ich so jetzt glaube ich auch mache, weil das gefällt mir irgendwie nicht. Von der Symmetrie sieht scheiße aus. Wir müssen sie so ein bisschen symmetrisch halten. Deshalb werden wir das jetzt nämlich vor folgendermaßen auch so machen. So. Und dann jetzt ab hier nämlich gerade werden. Wenn der mich dann lässt. Zack. Zack. Komm schon. Komm schon. Äh, komm, die letzte Straße. Das kann doch nicht sein jetzt, oder? Jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, ich habe hier genau die Biegung gemacht. Das ist scheiße. Genau da habe ich die Biegung gemacht. Das ist doof. So. Na also. Genau gerade jetzt hier. Jetzt machen wir hier noch eine hin. So. 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 Ah, scheiße. Die war Kacke. Die war Kacke. Die war Kacke. Zack, zack. Und. Zack. Hier noch. Können wir das noch machen? Das geht ja sogar noch. Cool. So. So. Und dann noch hier. Zack. Sehr geil. So. Dann lassen wir das Gebiet noch voll machen hier. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen es so. So und so. Weil hier ist auch wieder so ein Hauptverkehrsding dann wieder. Ist auch scheiße. Hier. Hier. Hier die Straße. Dann diese noch. Und hier die machen wir einfach nur eine Einbahnstraße. So. Dann haben wir es nämlich. Sehr gut. Alles ist gesetzt. Alle Straßen sind gesetzt. Ist jetzt zwar so ein Kästensystem hier. Aber es scheiße ich jetzt drauf. Mir gefällt das Kästensystem. Ich könnte eigentlich auch überall jetzt Kreisverkehr insetzen. Fällt mir gerade auf. Könnte ich machen. Überall Kreisverkehr jetzt rein. Aber habe ich jetzt keinen Bock zu. Nee. Das ist mir dann noch zu doof aus. Gefällt mir nicht. We need. We need a Kästensystem. We need it. So. Hier. 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 Komm. Ich gehe den immer längs ab. Das glaube ich besser. Glaube ich schon. So. Hier. Hier. Dann hier auch. Hier noch. Okay. Hier noch. Die ist schon gesetzt. Oder habe ich die nicht gerade eben neu gesetzt? Nee. Nee. Noch neu gesetzt habe ich es zwar schon. Aber das Ding war schon weg. Ah hier. Nee. Die habe ich neu gesetzt. Stimmt. Entschuldigung. Hier. 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 Und hier. Und hier. Und jetzt die noch. Noch die Straße hier. Zack. 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 Nee. Hier war auch noch. War hinten noch. Zack. Die noch. Die noch. Die noch. Die noch. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das läuft doch. Würde ich sagen. Perfekt. So. U-Bahn. Jetzt setzen wir die auch. Hier. Hier die nächste. Hier die letzte. Sehr wird es hier auch dann. Zack. Zack. Und dann hier noch eine hin. Warte. Nee. Hier. Jetzt setzen wir sie hier hin. Da haben wir schon. Dann hier. Hier die nächste. Und hier. Hier die nächste. Hier die nächste. Und hier die nächste. Die kann da rüber gehen. Würde ich sagen. Geht dann zu der rüber. So. Und dann. Hier hin. Nee. Die war zu hoch. Oder? Ach. Vorbei. Oder? Nee. Warte mal. Die ist mehr. Nee. Nee. Die lieber nicht. Da mache ich die noch lieber hier hin. Hier hin. Hier hin. Und hier hin. Ja. Dann machen wir hier noch eine hin. Zur Ausnahme. Die machen wir mal quer. Das ist dann hier so eine Zentrale einfach. Die ist dann da exakt in der Mitte. Würde ich sagen. So. Dann hier noch eine hin. Dann machen wir mal hier ein paar Quere jetzt hin. So. Und da hin. Aber hier müssen wir leider so ein bisschen komisch bauen. Sag ich mal. Ist ja dann nicht so schlimm. Wird da anständig aussieht. Oder wird da auch anständig was verbunden ist. So. Und jetzt würde ich sagen. Verbinden wir die noch alle. Fällt gar nicht auf. Dass das da eine Quere ist. Ganz ehrlich. Das fällt überhaupt kein bisschen auf. Nur wenn man es weiß. Fällt es einem halt auf. Aber sonst. Fällt es einem überhaupt nicht auf. Ganz ehrlich. Ja. Ja. Ist jetzt hier ein bisschen komisch. Aber. Ich finde es. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich. Ich bin das jetzt echt nicht so schlimm. Zack. Dann jetzt hier rüber. Alle. Sehr schön. Auf jeden Fall. Genau. Wollen wir hier noch einen hin? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Sieht richtig gut aus. Yeah. Wunderschön. Aber hier könnte man sich auch noch hinbauen. Hier wäre ich auch noch guter Platz. Gucken wir mal. Ja. Da geht es auch. Daher werden wir den mal gerade weg machen hier. Jetzt wird auch noch einen hin. So. Dann hier hin. Zack. Jetzt zwar stellen wir es ein bisschen komisch aus an manchen Ecken und Enden. Aber ist ja egal. Wie gesagt. Mir gefällt das eigentlich so. Mögen wir so einen zentralen Punkt einfach mal hin. Hier sind verbunden. Aber die noch. Warte. Hier noch eine hin. Dann machen wir hier noch da eine hin. Die verbinden wir noch mit hier. Dann geht es hier rüber. In die ganzen anderen würde ich sagen. So. Mögen wir hier auch mal so eine zentrale einfach hin. Sehr zentral gelegen ist einfach. Und dann hier mit der verbinden. Ja. Sieht gut aus. Aber ich will hier noch einen haben. Wollen wir noch so einen Tunnel hin. Darüber geht. Wobei ganz ehrlich. Dann sieht das cooler aus. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Wenn der hier mit dem verbunden wäre. So. Genau. Dann hätte er nämlich hier durchgehend ist. Gefällt mir auf jeden Fall besser. So. Sehr gut. Gefällt mir. Sieht sehr schön aus. Sieht wirklich sehr gut aus. So. Jetzt müssen wir noch alles nur noch mit einer verbinden. So eine Linie einbauen und so. Ne. Wir werden jetzt erstmal wieder ein paar Quellinien bauen. So und so. Dann geht er aber hier hin. Dann geht er hier oben hin. Bündet dann schon mal hier an. Das heißt wir haben schon mal die Verbindung in die nächste. In das nächste Stadtgebiet quasi. Ach. Apropos Stadtgebiet. Wenn ihr Ideen habt für Stadtgebiete. Für Namen. Bitte in die Kommentare. Könnt ihr mir gerne reinschreiben. Wenn ihr noch dran seid natürlich. Wenn ihr welche Stadtgebiete Namen habt. Auch wenn es aus einer richtigen Stadt ist. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel Hamburg oder so. Was weiß ich. Ich kann an wo ihr herkommt. Meinetwegen. Ich kann auch gerne in die Kommentare schreiben. Nur wäre halt cool wenn es halt nicht irgendwie immer dasselbe ist. Als aus derselben Stadt. Wie zum Beispiel. Wenn ich jetzt bald hier herausfinde. Dass ich dann halt nur noch Stadtgebiete aus Frankfurt oder so habe. Wäre halt scheiße. Also könnt gerne mal ein paar reinschreiben. Wenn euch ein paar einfallen. Auch gerne irgendwelche Fantasieteile. Habe ich jetzt kein Problem mit. Könnt ihr gerne machen wenn ihr möchtet. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar überlegen. Ja. Dass ich da noch ein paar. Schöne. Gebietsnamen. Drinnen habe.